Ich hab hier 5 Schaufen verbraten. 5 von Hartz. Juhu! Oh! Verpiss dich! Hinter dir! Mach! Wow! Freiheit! Ja, er ist tot. Sieben Knochen hab ich von, ne? Ah. Ding ist das hier ja total ätzig, dass alles voller Eis ist. Hä? Was lauerst du? Das ist voll kagger, dass ja alles voller Eis ist, ne? Was ist jetzt? Hast du's jetzt verstanden? Ja toll. Das ist schon scheiße. Scheiße aus. Und du lagst überhaupt nicht. Was schaut scheiße aus? Wie lag ich? Ja, du hast grad so, das schaut sche... Ah, äh, 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 äh. Häh, äh, 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 irgendwie wenn ich rechtsklick mach... ja toll, jetzt kommt's wie viel? was? wie viel kommt jetzt? ja toll, jetzt kommt alles ja, und jetzt warten wir mal ein paar Minuten bis das kommt oh, schon da wo bist denn du? ja, soll ich einen Server Key Start machen? nein jetzt haben wir keine Steine mehr wo bist denn du? ja im Haus ja, wollen wir nicht mal den Keller fertig machen? ja, du wollen wir jetzt mal den Keller fertig machen? wow, der ist jetzt schon fast fertig echt? ja, ich hab übrigens noch Arsch wie Steine 21 wow und vier und 40 Cleanstones oben haben wir noch Steine echtes? ja ja warum farm ich dann? keine Ahnung ja, ok ok, das Deck ist wert und überhaupt nicht dunkel hier deswegen mach ich's jetzt auch so sonst hängt's ja nix, ne? alle ist in der Höhe eben alles in der Höhe eben wieso ist das bloß drei hoch? ok, drei ist irgendwie genügend ja, damit es halt kellriger ausschaut was ist? was ist? was, äh machen wir jetzt hier? nix warum haben wir das gebaut? keine Ahnung keine Ahnung wir können ja nix bauen weil keiner hat was das sagt ausschauen Baumhaus aber da finde ich ihn ja zu blöd dafür ja gib mir mal Leitern ja, das schenk dir ich hab noch mal so viele ich glaub das reicht ja, reicht schon ok haha ich hab noch zwei Leitern das nehmen wir mal nein, das ist schon wieder alles was? machen wir ein Baumhaus schon mal anfangen was meinst was ich grad vorhaben mit den Leitern? aber ich hab mir noch nicht so richtig überlegt wie also ich meine jetzt ah, da hinten ist so ein richtig fetter Baum komm mal zu mir hinter der Monsterfalle ja, ich weiß schon da können wir mal geschieht was drauf machen, ne? da können wir mal geschieht was drauf machen, ne? Jo ah, toll da komm ich jetzt nicht weit drauf ha ja toll ja, ne, jetzt müssen wir halt so Blätter noch selber hin machen weißt was ich grad mach ich denk das Baum aus Holz ich denk das Baum aus Holz ganz aus Holz ja, das Baum aus Holz ja und? ja, aus Holz und aus Blättern wenn wir mal Blätter hätten ja, ich hab Blätter mitgenommen wie viel? ähm, zwei Steaks also sind noch ein paar Steaks hinten ja, okay, gut äh, ich weiß es ja nicht ja, wenn du du hast die ersten fünf Folgen die ganze Zeit durch Blätter oft geformt, ne? oft geformt, ne? oh, ja, das hab ich ja ja ich hab keine Angst ich hab keine Angst ich hab keine Angst ich hab eigentlich ja gar nicht gemacht aber jetzt hat er ja irgendwie schon, ne? ja okay, das schaut jetzt übel aus weil der Baum irgendwie äh, türkis ist ja bei meinem Texture Pack ja, bei meinem auch ich glaub wir haben das gleiche achso oh, das ist ja schon mal geil ach und eh, ich glaub Blätter bin man jetzt nicht ganz sicher Blätter wachsen bloß vier, also bleiben auch wirklich bloß kleben vier neben so ne Holzstamm sicher sicher ja, ziemlich sicher vorher sagten, nein, du bist hier nicht sicher und jetzt? ja, ich glaube ja, wie gesagt, ne ziemlich sicher, dass ich es glaube ich denk, so passt es, oder? also so groß, oder wirst du es noch größer? ja, ich würd sagen, den Stamm brauchen wir hier auch nicht, oder? ja und hier schönes Steak rein, jo ja, behörst du es schon ja, hast recht dann machen wir es ey, lieber wir müssen ja, ähm, Holz auch noch hin tun wow was ist? ja, ich würd aber sagen, wir machen da auch aus den Holz Scheiben oder sowas ja, hier brauchen wir einen nein es geht ums ab ja, deswegen ah deswegen baue ich da auch ey, ich kann da durchsehen, du nicht? wo? durch die Blätter ja, natürlich also leicht, ey ich kann volle keine durchsehen äh, da oben ist irgendwie etwas wenig Holz ja, man ja, toll ja, toll na, was machst du? jetzt hier rum wie klein wird denn der Raum jetzt? das ist ein Baumhaus und wird kein Haus ja, stimmt naaah was machst du? aber jetzt hab ich auf ja, äh, der Frau sagtest du, es ist ein Baumhaus ja, aber doch nicht so ja quetsch dich mal ein bissl rein ja, toll ja, toll jetzt war's dis ja, wenn du da noch einen Boden reinbaust, dann kann man kein immer da sein also, rein kommen oh ja, dann machen wir es da jetzt weiter höher oder ne? Also wir werden wohl noch ein zweites Baumhaus bauen Ja also ihr müsst jetzt erstmal schauen ob das so gut ist Ich glaube jetzt wahrscheinlich halt schon Wir haben ja eigentlich erst geplant ab Folge 300 das Baumhaus zu bauen Ja und jetzt haben wir es eben ab 400 meinst du Und jetzt haben wir es eben jetzt schon gemacht Also irgendwie finde ich es jetzt schon cool Ich mache es jetzt etwas noch größer Ja hier also warte geh mal weg Also nicht dass du mich reinschutzt Oh ich habe nichts gemacht Hast du irgendwas zum futtern dabei Futtern Jan Roos steigt Weil es wird nachts und ich habe kein Leben mehr Und auch anscheinend kein Platz mehr Jetzt schon Ich könnte mal sagen Was ihr davon haltet Ich denke mal Ganz klar Dass es irgendwie geil ausschaut Der Rest wird sich schon Ergeben Und Also ich meine das erste Kann man das schon mal so lassen Ja guck Ja guck so Zufrieden braucht jetzt auch nicht sein Jetzt hör auf Das ist übelst geil Und hier brauchen wir jetzt keine Blätter mehr Weil Baumhaus ist Baumhaus ne Und ich habe jetzt nicht mehr mehr Oh Oh Gott Ah 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 Na unten ist ein Trieper Ja schön Schommel hier rein Hier und jetzt rechts den Tunnel Warte Wohin? Schau mal hier Schau mal hier rein Ja Ja unten ist ein Creeper Ja toll Ja wie groß wird es noch haben? Ja also das wird schon groß und das schaut irgendwie geil aus Das schaut überhaupt nicht Das schaut schon geil aus Wie groß willst du es noch machen? Willst du es vielleicht bis zum Baum dahinter? Ja das wäre eine gute Idee Ja ich würde sagen so oder? Ja Höchstens Ich schubst mich nicht runter Was machst du jetzt? Ein Dach Ich wollte eigentlich dass das unser Ja unser Balkon ist Hattest du gedacht? Ja Ja dann machen wir hier so das Dach Und jetzt ist es langt dann schon Ja ok Ich finde es schon perfekt aus Oh Mann Wow Hä? Ja ich stürme vor Ich stürme vor Sigi Ja Ja doch Hallo Hallo Mich hat's rausgekauen Hä ok warum Ja Sorry Zuschauer Ja Ich stürme vor Also zu unserem Haus Komm Ok ich habe jetzt überhaupt keinen Plan warum es dich rauskommt Boah 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 Boah